Die Sendung wurde live untertitelt. 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 So, das war der erste Streich. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Die Sendung wurde live untertitelt. Ach man, muss das sein. So, das wollte ich auch. So, das war die Sendung wurde live untertitelt. So, das war die Sendung wurde live untertitelt. Man kann den Fluss bis hierher riechen. In dieser Rotunde verabreicht. Ja, da war die Sendung wurde live untertitelt. Ja, da vorne kann ich Waffen kaufen. Die Sendung wurde live untertitelt. Oh, endlich kann ich... die Sendung wurde live untertitelt. 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 Äh? Was ist denn das? Und treffe ich den von hier? Oder nicht? So, den hab ich getroffen. In den Explosionsfall habe ich zwei. Was? Was ist denn das? Ach, dieser blindende Schwanz! Niemand da? Was? Also, niemand war. Jetzt ist er weg. Ich rede nicht auf. Einer unserer Brüder ist gefallen! Jetzt rette dich nichts mehr, du Bastard! Am Ende werden die Schatten dich verraten! Wohl auch nicht. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Der Gestank hier ist widerlich! Wir müssen beide da auszusehen sein. Dann könnte ich zwei mit einer Klappe schlagen. Also, kalt heute Nacht. Die sind nicht mehr möglich, alles entzündet! Ich hüriere dich, was du mit dem Netz in der Luft in der Luft kommt. Die sind nicht mehr davon in der Luft. Ich muss nicht mehr. Das ist nicht mehr davon. Ich füriere dich. Nein. Aber du hast nicht mehr davon in der Luft. Ich füriere dich. Ich muss mich mit einer technischen Typen. Ich schmerzen dich zu den Hut. Ein Königreich für einen Kaffee. Ich komme nicht zur Ruhe. Das muss die Aufregung sein. Glaub an das Fleisch, nicht an das Feuer. Mir tut der Rücken weh. Mein Kopf bringt mich auf. Dein Kopf bringt dich um. Verflucht. Mir tut alles weh. Warum nur? Oh, den hab ich schön von der Seite reingetroffen. Ich verhungere. Was kann das beteiligen? Was geht um, Bruder? Kommt heraus oder verlasst diesen Ort. Falls hier jemand war. Einer der Schergen des Barons. Komm her. Da ist offenbar nichts. Kommt zu. Ja. Einer der Schergen des Bist. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Mir tut der Rücken weh. Ich muss schlafen. 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 Ich sollte hin. Ich finde ihn. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Ich muss schlafen. Wie der Nacht derselbe Albturm. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Einer meiner Zähne wackelt. Was ist das schön, wenn einer deiner Zähne wackelt? Endlich haben wir unsere Ketten geschremt. Ich bin froh, wenn der Zähne wackelt. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Wenn ich nicht aufpasse, ende ich als Rattenfutter. Die Götzen der Dämmerung werden Geschichte schreiben. Hey, schon? Das hat gerade noch gebrannt. Falls hier jemand ist, fürchtet das Licht nicht. Als hier jemand war. Hier, Orionsgabe schützt mich. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ach ja, so ist das Leben So gut Ah, hier muss ich auch Alter ist abgekraust Geh mal von raus Ich brauche einen Plan Und hier ist er Reingehen und improvisieren Na gut Und das sehen wir dann beim nächsten Let's Play Wenn es dann wieder heißt Sief mit eurem Bob Devil 72 D. Christian Alles Gute, bis dahin Ciao